Guck dir das an. Was denn? Baustellen. Überall nur Baustellen. Ja, und hier ist ein süßer kleiner Hund. Aber ich mein, hier Baustellen, die machen, was sie wollen. Das sag ich noch, sag ich noch. Ja, das machen, was sie wollen noch. Du kannst aber auch nix tun, ne? Nix ja auch nix. Nix ja auch nix. Ja. Und jetzt machen. Was sollen wir machen? Nix. Nix kann man machen. Hey? Und das? Ja, bringt ja auch nix. Nö, ist's nicht. Die da oben wieder. Prost, ne? Prost. Prost, komm sie gleich mit dem Kümmel rum. Ja, mal geht's.